ist die bananen sammler nach einer folg kaum nach einer erfolgreichen runde kreisow hier soll druck und weitergehen weitergekommen bist du nicht als vorher dort er hat doch aber um den dritten teil müssen noch reden hatte ich noch eine planung um tot und alle ko ach ja der verschwindet ja dann das ist das problem der verfassung wenn man krank ist ja vom spielverlauf her angst du runter zu springen ne da unten ist doch nix jetzt kommen noch die fässer ach ja ja das klappt nicht doch hätte geklappt ich hätte nur ein bisschen weiter nach vorne sein nein das klappt nicht ach quicchi quicchi äh hatte ich das klappt mal schauen konnte ich eigentlich speichern nein ich gehe mal lieber zu oben warum ich habe drei münzen ne ne hatte ich nicht mehr ne da haben wir doch die münzen gefehlt weil man doch wenn man gegen over geht verliebt man ja münzen nein nein ach da komm du willst richtig laufen hallo bist du blöd dazu nja was glaube ich jetzt kommt dieses olle level kann nicht wahr sein ach ja war das nicht dass du kostet und zu dir abgekackt bist ja bin ich auch aber auch schlechtes die hast du gar nicht getrunken würde ich mal sagen ne ja was machst du denn da einfach mal drichst der will durch ja ne hoho das war knapp oh ja au bist du gemein zu den tieren echt warum bist du so gemein zu den tieren bin ich ja gar nicht doch war so richtig richtig gemein der kroko jump der kroko jump die 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 ha 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 ich kann leben mehr ne Ah, weißt du was? Ne? Doch! Warum bist du Spacken jetzt nochmal neu? Tarum. Dann passt das ja. Ja und? Ah, das ist doch nervig. Da muss ich erstmal zurückfliegen. Du springst ja eigentlich voll dagegen. Nein, du willst ja nur wieder Münzen cheaten. Nein. Außerdem hast du auch ein Leben wieder mehr. Ich bin ja gnädig heute. Weißt du, was heute ist? Was ist denn los? Nikolaus, ich wollte. Ich bin grad schon wieder verweckt. Alles deine Schuld war. Das war mein Geschenk an dich einmal zu sterben. Kriegt nicht für you? Ah, herrlich. Ah, muss ich auch ein paar Leben holen. Ich schick dir nicht. Hm? Nix. Was ist denn der Biest? Oh, da kannst du auch noch zwei Münzen, ey. Willi? Ja. Erstes Level natürlich. Lösch der alte Shida. Das ist ja erstmal hier so ein ollen. Willst du nicht erst fliegen, dann da rein und dann am hochfliegen? Nö. Nö. Ich muss mir erstmal ein Donkey holen. So will ich. Ach ja. Jetzt komm ich da ja nicht rein. Ja, stimmt ja. Wusstest du ja auch nicht. Hallo? Was denn? Da gab's noch ein Leben drin oder nicht? Nö. Ah, nee. Sorry. Hab ich gedacht. Jetzt. Oh, hier sind ja Bananen. Wusstest du deine Arschgesicht? Ja. Wo muss denn noch ein Fass mit Bananen? Das hab ich doch voll vergessen. Vor allem hab ich das nur zufällig rausgefunden gehabt. Was? Ich wusste das gar nicht mehr. Wo ich das gemacht hab am letzten Mal. Gute Nacht. Findest du? Ja. Warum gibt's denn nix? Pfui. Da nix gibt's, du Arsch. Was gab's denn hier noch? Ach, da gab's hier die Münze, ja. Ich will die Münze nicht finden. Und hier unten die Münze. Ja, haben wir schon. Uninteressant. Nein. Wo mach ich das? Du vollidiot. Das leckt grad. Nö. Bei mir ja. Das ist aber nicht mein Problem, dass es bei dir leckt. Aber so ein stockendes Leggen ist das, hast du das. So, ja, man. Nimm mal hin und her. Mach's da durch. Spring, du Päckle. Spring. Spring, du Päckle. Na, ich nehm noch ein Leben mit. Das wär was gewesen sein. Du bist ein bisschen länger gewartet, wäre das eben. Warum? Und dann was anderes? Da rumfliegen und dann einfach warten und dann bam. Und dann bam, 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 bam. Tot. Tot. Das hättet euch wieder hoch. Nö. Das nicht. Centus, du sollst halt nicht denken in diesem Fall. Denken überfordert dich ein bisschen, glaub ich. Aber nur ein bisschen. Jetzt hab ich wieder kein... Ich glaub, jetzt hol ich mir erst mal einen zweiten Wichskong. Was, du bist Wichskong? Springen wir erst da rein. Nein. Doch. Nein. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Dein Ernst? Beherrsch dich doch mal. Das war ein bisschen eklig. Beherrsch dich doch mal. So, jetzt haben wir das. Ach, gey, liegen ja schon wieder Bananen. Ach, du glaubst es doch nicht. Centus, hast du das gesehen, Bananen? Ich müde dich gleich. Ne. Doch. Die Bananen, ich hab keinen Bock auf die Münze. Hau ab! Oh, schubst die doch nicht runter, du Arsch. Schlecht. Mann, das geht mir um den Sack, du Fass. Boah, bist du zu blöd und tust du noch so. Alter, fass jetzt verpiss ich doch. Ich wohne doch gar nicht da lang. Ja doch. Ne. Doch. Mir wird ja hier reichen. Ne. Vollkommen. Nein. Ziggy, oh, die Bananen hab ich vergessen, wieder zurück. Uns wird's kein Leben geben extra. Ja, Pech. Ne. Wird doch scheißegal. Das Leben wollen wir doch gerne mitnehmen. Das Leben nehmen wir auch noch mit. Das sind sie nicht. Oh. Die beiden nehmen wir auch noch mit. Und jetzt springst du einfach fest auf was du kriegst.